Willkommen auf loka gaming in seinen kanal heute spielen wir wieder eine online runde somit spielen wir gegen irgendwem anderen online wir spielen Real Madrid jetzt gehen wir mal auf Gegner suchen wir sind derzeit in der liga 9 und ich hoffe wir schaffen in Aufschnitt wieder in die liga 8 auf jeden fall mal ein großes Dankeschön dass du dir das Video anschaust von einem richtigen Amateurspieler dann schauen wir mal wie es jetzt und heute ausschaut uja faul vom Tor Mann naja werden wir ja sehen wie weit wir heute kommen Ui ja na gut gut komm 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 ui volle Stadion Rondheim oh Real Madrid gehen Rondheim und spielen wir mal Ui da spiel ich nicht will torten im ort für also heute in die partie gehen und so geht Real Madrid also in diese Partie bei ihnen wird heute sicher viel über die außen gehen das bietet sich beim 433 an vor allem wenn die außen stürmer wirklich an der linie draußen bleiben also sie wollen das spiel breit machen Casemiro naja ich hab... und... pass... 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 und jetzt Real... Flanke für Cristiano Ronaldo war noch kein schlechter Anfang Jungs den Ball leitet er weiter Toni Groß und nur Marcelo am Ball schau es erstmal vorbei der spieler ist dazwischen gegangen Ronaldo am Ball das könnte gefährlich werden Ronaldo hat den Ball und Eckball Ronaldo holt eine Ecke so Ecke kommt ja ganz sicher den war der Keeper und er gewinnt den Zweikampf super dazwischen gegangen und Marcelo das ist gut sie unterstützen den Ball für eine Schuhe Ui done even jetzt gibt sie eine Ecke ich werde diesmal nicht so viel kommentieren sondern versuche mich mehr aufs Spiel zu kommentieren und konzentrieren das war einfach abgefangen weiß keiner von uns warum nicht nimm mal nun Gareth Bale da steht er gut er kann dazwischen gehen und da ist der Ball wieder weg uuuuuhh schön Aschmas wui oh je ja warum denn nicht man muss es auch mal aus der Distanz versuchen ich weiß nicht der Schluss hier wohl eher die falsche Entscheidung Busschi ja zumindest völlig überhastet denke das Zuspiel wäre besser gewesen und der Ball geht ja meilenweit vorbei das könnte die Chance werden Und das ist der Ballverlust Ok, was ist jetzt los? Modric, Groß, jetzt Ronaldo am Ball, Marcelo, Ball schon wieder weg, gut gemacht! Nein, das wäre nicht, was nicht das gewesen ist. Ok, Franke? Nein, eine Franke. Groß, doch! Ok, mit 30 Minuten schon gespielt. Und noch kein Tor gefallen. Alter, gibt ja nicht. Die Entfernung ist zu groß, so kann das nichts werden. Und keiner weiß, was er sich dabei gedacht hat. Ja, jetzt schießen wir auch was vom Gegner. Den hält er super! Jetzt die Ecke, vielleicht geht da was. Gibt's ja nicht. Eckball. Aber nicht für uns. Eckball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ja, ich... Aurier. Ok. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Das könnte gefährlich werden. Hereingabe jetzt. Wenn so ein Volley reingeht, steht das stark im Kopf. Nein. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist das eher frustriert. Harry Kane! Toll. Abgepfiffen hier, da stand Harry Kane im Abseits. Jetzt Cabajal. Jetzt Marcelo. Ok. Das gibt's ja nicht. Wir kommen ja gar nicht mehr zum Tor. Casimiro. Ja, er fangt alle Beste ab von uns. Ja. Super. Und wahrscheinlich die nächste Niederlage. Wenn wir nicht einmal mehr zum Tor kommen, dann können wir auch kein Tor schießen. Die große Distanz. Obwohl er solche Dinge immer wieder versucht. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Kane den muss er machen. Schosse lebt auf. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Pause. Pausenstand rettet er uns ja fast. Ich finde gar nicht, dass wir so schlecht spielen derzeit. Aber wir schaffen es einfach nicht, um Tor zu kommen. Okay. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Okay. Okay. Ja. 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 Jetzt Lukas. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Ganz energisch. Und das ist der Ballverlust. Christian Eriksen. Und natürlich. Was machen wir? Wir verlieren wie immer. Gibt's ja nicht. Wir verlieren sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Das Tor ist absolut verdienst. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Weg ist der Ball. Schieß doch. Na endlich. Der Ausgleich. Das 1-2-1. Und wer hat's gemacht? Ronaldo. Das macht er. Der Käpt'n. Gute Aktie. Mal ein glückliches Tor. Sehr glücklich. Ja. Ja. Immer's nicht. Ich sag, es war ein glückliches Tor. Das könnte gefährlich werden. Fairer Einsatz hier. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Der Ball geht zu Harry Kane. Da kommt die Eingabe. Wird das eine Torchance? Das gibt Freistoß. Na? Was? Na endlich mal den Freistoß. Boah. War nicht so gedacht. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Groß. Ball bei Marcelo. Gut gemacht da draußen. Drei Spiele auf einen. Ballverlust. Woah. Cristiano Ronaldo. Da hat er geahnt, dass die Grätsche kommt und springt einfach drüber. Nein. Es gibt Ecke für Real. Ecke kommt's. Kurz schlägt die Flanke. Okay. Keine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. Kavachal am Ball. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ja, so kennen wir Cristiano Ronaldo. Jetzt die Möglichkeit. Nein. Das war schön. Den Eckball bringt Cristiano Ronaldo. Ui. Ach, war das knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Boah. Eine gute Ecke eigentlich. Fast meine beste Ecke, was ich bisher so im Fieber gemacht habe. Cristiano Ronaldo. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Nun Ronaldo. Und er gewinnt in Zweigam. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Casemiro. Marcelo. Ja, da ist Platz jetzt. Da ist die Hereingabe. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Modric. Souverän gemacht vom Torwart. Harry Kane ganz in her geschützt. Ronaldo ist verletzt. Ronaldo ist verletzt. Ronaldo ist verletzt. Ho ho ho. Ups. Zurück. Die letzten 10 Minuten. Letzte 10 Minuten. Letzte 10 Minuten. Ein 1-2-1. Vielleicht schaffen wir das Unentscheiden. Vielleicht können wir das Unentscheiden halten. Spiele scheint Probleme zu haben. Wohl eine leichte Klessur. Ja, jedenfalls nimmt ihn der Trainer jetzt hier runter. Wahrscheinlich um eine schlimmere Verletzung zu vermeiden. Jetzt könnte es gefährlich werden. Harry Kane. Super gemacht. Gute Verteidigung. Klasse Aktion. Ball ist weg. Dele. Kane. Dele Alli. Die Riesenchance. Benzema. Gibt ja nicht. Ja, endlich pfeift er. Die Fans von Real Madrid heute in Bestform, Buschi. Endlich mal Wolf. Denn das kritische Publikum der Königlichen ist ja doch eher selten mit den Auftritten der Mannschaft zufrieden. Wir gehen in die heiße Phase. Das Spiel ist nach wie vor absolut ausgeglichen. Wird das seine Torchance? Da holt er den Ball zurück. Nein. War nicht so viel da. Der hat sehr erigsten. Jung und Son. Heute kommen seine Pässe einfach nicht gut. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Toni Kroos. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Es gibt ein Wurf für Real Madrid. Und nun Marcelo. Und Ramos. Wichtig, dass er hier aufpasst. Das war die Chance auf die Entscheidung. Oder wäre es zumindest gewesen. Aber jetzt weiter hochkonzentriert. Ganz starke Leistung. Casemiro. Vielleicht der letzte Angriff jetzt von Real Madrid. Die wollen hier auf jeden Fall gewinnen. Ja, jetzt Lukas. Na ja. Gut aufgepasst. Da kommt er an den Ball. Nein, ein Ohnentschieden. Na ja, immerhin besser. Meine Niederlage. Vielleicht sieht man, dass ich vielleicht schon besser wäre. Oder auch nicht. Vielleicht bleibe ich auch immer so schlecht. Als ich derzeit bin. Kommt damit der Frost dran. Also, das war's wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann abonniert uns. Es kommen noch andere Spiele auch. Ihr könnt auch gerne Spielevorschläge machen. Wir haben auch Need for Speed. Ghostbusters haben wir auch. Fortnite haben wir natürlich auch. Lego City Undercover hätten wir. Also, schreibt es einfach in die Kommentare, welches Spiel ihr gerne sehen würdet. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ciao.